Um in Alplan das Werkzeug für Rundstahlextrudieren entlang eines Pfades zu nutzen, bereiten Sie die Quer- und die Längsbewährung mit dem Werkzeug Stabform in Ihrer Schalung vor. Legen Sie mit diesem Werkzeug als Querbewährung Ihre Bügel, Steckbügel etc. in Ihre Schalung ein, ohne diese zu verlegen. Genauso gehen Sie mit der Längsbewährung in der Punktform vor. Das Grade Eisen als punktförmiges Eisen in laufende Meter verlegt, platzieren Sie entsprechend in den Eisenecken. Wenn Ihre Längs- und Querbewährung so vorbereitet ist, selektieren Sie mit dem Werkzeug Rundstahlextrudieren entlang eines Pfades und den entsprechenden Einstellungen aus der Palette Ihre Eisen und wählen dann Extrudieren entlang eines Pfades aus. Wenn Sie den Pfad ausgewählt haben, werden die Eisen entlang des Pfades extrudiert, um zum Beispiel wie hier im Brückenüberbau entsprechend verteilt zu werden. Nutzen Sie danach die Palette, um Einstellungen zu treffen, zum Beispiel wie die Eisen rotiert werden. Bei der Profilrotation können Sie auch die Einstellung keine wählen. Man sieht hier bereits, dass die Eisen nicht rotiert werden. Sie können die Rotation auch auf Standardrotation einstellen. Damit werden die Eisen in alle Richtungen rotiert, auch schräg, oder Sie stellen die Rotation nur um die Z-Achse ein, wie es in diesem Fall notwendig ist. Wenn die Eisen verlegt sind, beenden Sie den Vorgang mit Escape. In der Animation können Sie nun kontrollieren, wie die Eisen platziert und verlegt worden sind.